Erzähl. Wolke sieben. Ja? Die spricht Baba. Erzähl. Und ich merke dieses Feuer, Bro. Ja? Ich merke dieses... Sie sucht immer so Körperkontakt. Ja, ja. Wieso gehst du jetzt mit deinen Trekking-Schuhen, meine Bisch? Ja, als ob da jetzt was passiert ist. Ja, Bro, guck doch. Ah, jetzt kommt dein wahres Gesicht. Nur weil ich mal was falsch mache, oder? Ja, ja. Was ist gerade dein Ernst? Du hast gerade so richtig respektlos mit mir geredet. Du wirst mich gerade verarschen, Bro. Du fühlst dich immer gleich direkt angegriffen. Ja, und dann ist es halt so. Mach mich einfach nicht so an wegen so einer Kleinigkeit. Ich mach dich nicht an. Es hat mich einfach genervt. Oder du übertreibst gerade, ich schwör nicht. Es kommt dein wahres Gesicht raus. Wieso machst du jetzt mit wahres Gesicht und so? Bro, da fack mich nicht ab, Mann. Du oder du sagst gerade dein wahres Gesicht. Bevor ich den der Bombe gebe, geh ich lieber weg. Und da war er plötzlich so ein Umut, den ich noch nie kennengelernt habe. Er bedeutet mir ja was. Er ist für mich mein Buddy so hier. Und wenn er so mit mir redet, bin ich halt erschrocken. Wenn dir das nicht passt, dreckig machen dies, das. Okay. Ich verstehe, darfst du dich... Oh ja, kurz zu. Ich verstehe, dass es dich vielleicht irgendwo kratzt und abfickt. Aber ich war gerade in einer Situation, wo ich dir mein Date erzählen wollte. Was ich keinem Lutscher hier erzähle. Nix in die Idee. Auch nicht gegen die anderen. Aber weißt du, was ich meine? Ich war genervt reagiert. Das ist doch bei Freunden auch einmal. Okay, Jungs, dann gebt euch einfach eine Umarmung, Digga. Ja, er meint es nicht böse, Bruder. Ja, du hast keinen Bock drauf, ich weiß. Bruder, hör auf mit sowas. Bro. Benimm dich ein bisschen, Digga, und ihr beide, Digga. Seid mal erwachsen. Hey, Bro, du musst mir nicht erzählen, wie ich mich bis zum Benehmen habe. Wenn ich gerade was zu klären habe... Mach deine Sofälle, Bruder. Mach deine Sofälle, Bruder. Mach deine Sofälle. Mach deine Sofälle. Hey, pass mir nicht am Kopf. Das ist für mich ein No-Go. Wenn man mir am Kopf fässt, ist das für mich sehr erniedrig. Ihr wollt mehr von meiner Reise als Bachelorette sehen? Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren und zu den weiteren Videos gelang ich hier. Übrigens eine Woche vor Ausstrahlung könnt ihr auf RTL Plus euch ganze Folgen anschauen.